Wir setz dich dann so in Kallekarke, hier ist der Jock Hey und seine Hilde aus Wigradberg. Wir wünschen dir alles, alles Liebe zum Geburtstag und auch eine gute Zeit, dass du gesund bleibst, dass du viel Energie hast, viel Energie für deine Kiddies, für deine Frau, ja, und dass du viel in den Urlaub fahren kannst mit deinen Kindern und mit deiner Frau. Dazu hält der König aus Kallekarke, hat heut ihr Wochstag. Genau. Und da wollten wir dir mal ein schönes Video machen, und dann, damit du Freude hast da dran am Leben. Genau, so sieht es aus. Und wir setz dich dann so in Kallekarke. Wie fühlt man sich mit 31? Nur jung, wa? Ich hab mich auch noch jung gefühlt mit meinen 32. Mit anderen 34 Jahren bin ich schon etwas verrostet. Dann grüß ich noch deine Frau, Jenny, und deine Kinder, Maya, Emily, Paula, Leon und Maxi. Das ist doch super, das sagt dich der Jockey. Und seine feine Hilde aus Wigradberg. Live und aktuell. Liebe Maya, hier ist die Sandra. Wir haben dich sehr, 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 sehr lieb. Der Jockey macht das schon. Die Hilde kriegt das geregelt. So, ein schöner Tag für dich jetzt noch. Lass dich reichlich beschenken. Und man hört und sieht sich, das sagt dich doch, Jockey. Und seine feine Hilde aus Wigradberg. Live und aktuell. Jockey. 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 Vielen Dank.